und den wunderschönen guten bonjour gewünscht heißt immer komisch aber nehmen ja war knapp und bei dem anderen schon schon aktuell tatsächlich länger wirklich aller richtig aller version von msi afterburner ob ganz einfach never change a running system es ist eine ganz dumme Spruch aber es stimmt es ist nicht zu ändern was funktioniert es ist leider so und sorry wir sind ja wir kommen wo wir uns zeigen können ja ich habe schon tatsächlich erfahrungen gemacht ja ich habe minecraft abgedatet und es werden drössisch ob sechser feiert sich hui ich konnte minecraft nur mir am dingen obwohl wie ich immer abgeholt habe hui ja mit einem msi misst dann an anderen ja meh äh sorry da das das die sache wo ich mir denke so nee mann ist nicht ganz einfach und dann schoffen tatsächlich dass am msi afterburner hat nur das dann alles kann alles kann alles operieren wie ich gern hat und tatsächlich ich war noch dann tatsächlich ein probe gestanden die wikon operieren ja mit dieser vier schenke gewinne sind alles ganz im uff an cash für weg wie sind und ich hatte wir am live stream so wenigst was er doch dann eigentlich auf dem kanal wie nicht anstatt nicht und von wikon operieren gläfft man ich will wieder wieder europa lange schon weil wir wie mich noch für ww wie mich mein mein kampf menschen und du kann gestern weisen wie aus langweilte mannischer rupplevel wendet es purer langweil manch du kannst ja so klang specials meine c3 pp ich weiß nicht so dass du mit dem werde ich vielleicht gefällt donno wie gesagt wann alles klappt kann Ich habe einen Urspruch gemacht, dass ich Männer machen. Ja, dann ziehen wir Sachen entfallen und entfallen wir tatsächlich Sachen. Und wenn ich etwas vornehme, dann ersetzen ich es. Tatsächlich ist es, ob die dumme Idee gekommen sind, einen Computer zu kreieren. Aber das Problem ist, ich brauche. Sonst hat ich auch keinen Computer. Oder gibt keinen Computer. Okay, dann hören wir mal um, weil es klingt am Kamerberg. Und wir fliegen mal hier an. Ui! Ui! Okay, schön langsam. Ich bin nicht 100% auf der Höhe. Und du bist nicht gerade der sanfteste. Oh gut, das Team ist wieder zusammen. Dank ihnen natürlich, weil sie Theron gerettet haben. Ganz genau! Er hatte Glück, dass ich rechtzeitig da war. Also, mit Glück hatte das nichts. Aber wisst ihr was? Vergessen wir das. Theron, ihr habt die Daten zum Signalstörer. Fangt an. Genau. Daten, die ich gesammelt habe, während ich gegen meinen Willen von mehreren Verhörsonden festgehalten wurde. Der Störer ist auf einer Insel in der Nähe. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon gesehen. Er kann nicht aus der Ferne gehackt werden. Und es sind jede Menge fanatische Revaniter dort, um ihn zu schützen. Der übliche, hoffnungslose Albtraum eben. Sie können gerne versuchen, mich aufzuhalten. Die Zeit wird knapp. Ihr wisst, was zu tun ist. Das, was ihr immer tut. Triumphieren! Geil! Sieh gut, ich weiß. Okay, da kommen wir mal. Warte, wann du? Macho, 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 macho. Macho, macho, macho. Macho, du kriegst auch was geil ist. Macho, du kriegst auch was geil ist. Du, hier gedrängt. Ah, du kriegst den Doten. Ja. Ich meine, in Reintöcher muss man das inni kreieren. Und inni, so eine Gerste, machen wir äh, definitiv die nächste Folge nicht. Du wenigst, ähm, schon mal ein kleines Evolut, weil sonst, ähm, Walvois-Kind machen. Wie gesagt, jetzt normalerweise muss man inni kommen. Zeitlos, ähm, geht jetzt schlecht. Ähm, schon keine Lust darüber. Bisschen, ehrlich, der für sie und dort her, sondern so. Ähm, äh, ja, 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 ja. Ähm, ja. Wie gesagt, äh, um für bei Thema, äh, zurückzukommen, äh, ein Stück so tat. Ja, das genau, das könnte genau das was ich mache. Ne, mehr, aber, ähm, ich gucke, dass schon einer Spieler herabringen. Ich meine, am Endeffekt, am Endeffekt, dass auch gut, dass auch so kockiert ist. Sondern doch, ähm, ich gehe den anderen Spieler herabringen. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Geht's. Und das, bei weitem, nicht schlecht. Geht's. Geht's. Ne, mehr, das, Ihr Schwamm könntest du so, f*** dich einfach. Geht's. 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 Okay. Dann können wir da gehen, und dann können wir das machen. Wir, wir, teleportieren uns über ein Raumschiff. Ähm. Wie wird zu teleportieren uns über ein Raumschiff? Ich gucke, ob wir, Story, ähm, Elemente, die Leute zu bequatschen können. Weil, das lang hier, dass ich überhaupt mal im Schiff war, und man hat die Leute geschwäht tun, soweit wie ich mich erinnern kann. Ich meine doch schon ein bisschen wie lang hier. Überhaupt nicht nur mal. Ich hab's gesehen, dass wir tatsächlich abschließend kreieren. Was cool wär, war nett. Dann aus der Ebene, so. Ähm. Guck mal, ne, ne. Guck mal hier nachs Plakisch. Hier gibt's keine Boxen. Da kann ich keine Boxen lesen. Na, wie das gesagt, ich hab's einfach nicht zu beschwätzen halten. Und ja, das tatsächlich, weil wir ein, äh, Update, äh, Kledern vorausgedruckt gesehen. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt, bitte helfe, das ist total viel Schrotz. Ja, um dem als Sprachstuhren schienen, sie sind mir gut, und sorry, Mädels. Ja, da, guck mal, Demann ist nett. Nee. Oh. Ah, da reicht, du gedacht, du schwarzgesiedern. Guck mal, warte, so muss man's machen. Wir tun was wir wollen, wann wir wollen. Und keiner schreibt uns was vor. Wenn irgendwie froh, dass ich euch noch nicht getötet hab. Hm. Das fasse ich mal als Kompliment auf. Die Liste von Leuten, die ich nicht töten will, ist sehr, sehr kurz. Ich glaub, jetzt wo ich mich in der Galaxis austoben kann, gehe ich nicht zum organisierten Verbrechen zurück. Aber ich hab trotzdem Einfluss. Solange ich bei euch bin, gehört ihr zur schwarzen Sonne. Hm. Ich bin nicht scharf auf neue Verpflichtungen. Hört auf zu jammern. Keiner wird euch was vorschreiben. Ich meine ja nur, wenn ihr und eure Leute was braucht, ist die schwarze Sonne für euch da. Cool. Jetzt hört auf zu meckern, bevor ich meine Meinung ändere. Ja. Ja. Ich hab noch zufriedengestellt, ob die wir schlussbar sind. Okay. Ah, hier haben wir da los. Ah, ich weiß noch, Marco. Ja, so kann man tatsächlich. Ah, ich weiß jetzt mal, wie ein Quas in der Tür zu sehen. Jäger. Gut. Wir brauchen jedes Schiff, das wir kriegen können. Die Republik wird immer dreister. Ihre Angriffsstaffeln greifen imperiale Einheiten aus dem Hinterhalt an und verschwinden dann wieder im Feldraum. Wir können kaum mithalten. Hört sich an, als ob das Imperium mal wieder meine Hilfe braucht. So ist es. Es wird ein Kopfgeld auf diesen republikanischen Abschaum ausgesetzt. Ich habe die Chaos 23 und die Sturmstaffel mobilisiert, aber das reicht nicht. Wir bilden eine exklusive Vergeltungsstaffel, die Streiter des Imperators. Wegen eurer Fähigkeiten nominiere ich euch, um die Staffel anzuführen. Helft ihr unserer Flotte die Republik zu vertreiben? Nee. Wenn ich die imperiale Flotte repräsentieren soll, finde ich, dass ich einen Bonus verdiene. Ich bin autorisiert, euch einen großzügigen Bonus auszuzahlen. Euer Codename lautet SCREEN. Ich übermittle die Missionsdaten an euer Schiff. Ihr arbeitet allein während der Rest der Staffel in der ganzen Galaxis einspringt. Kämpft mit Zorn. Kämpft für das Imperium. Ja. Das sind die Flugzeug-Dinge. Ich nehme da. Es ist ein Album. Ich nehme da. Ich nehme da. Ich nehme da. Ich nehme da, wo ich kann. Mach's in verschiedenen Instaungen. Bis hin. Ich hab schon immer schon gedacht, wie weitergemachbar. Dann sieht man die Sprache von Freutekoppel. Zum Beispiel, ähm, wo war erlo? Du meinst du? Selbst was ist interessant mit? Kann ich sich doch selber... Kann sich die Kaffeln respektiv hier stellen? Am, 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 du wenigst du, äh... Ja... Was für den Dote machen soll... Äh... Wie gesagt, nicht... Nicht... Voll... Ne, komm, das ist mal ein Raumding... Ähm... Komm, ich weiß ja, Spanisch, ja, wo in die Fanta... Wie gesagt, ähm... Tschüssikowski, an, äh...